Servus Freunde und herzlich Willkommen zu einem neuen YouTube Video bei mir im Kanal. Ich darf heute für euch die KTM EXC 450 Boyer 2018 vom guten Max testen, den verlinke ich euch hier gleich einmal. Im Bild, checkt ihr auf jeden Fall aus, richtig cleanes Bike, auch sehr korrekter Typ. Und ja, was haben wir denn da alles? Also wir fangen da mal an mit einer Akrapovic Komplettanlage. Man sieht es zwar nicht hier ganz, aber hier an dem Pflanz sieht man auf jeden Fall, dass es sich um eine Komplettanlage handelt. Ja, Sticker ein bisschen abgeratzt, aber egal, trotzdem noch richtig clean. EXCEL Felgen, was man heutzutage eher selten sieht, aber es sind einfach für mich die geilsten Felgen, die es am Markt gibt. Es gibt nichts eigentlich, was edler ist in dem Fall. Und dann haben wir noch, ja, richtig clean hier. KTM Grip Tape so, dass der Rahmen, also dass die Rahmenschützer geschont werden. Dann noch geile Carbonabdeckung am Tank. Lodzschi sei auch richtig labernd. Lodzschi auch richtig korrekter Typ. Ja, dann hier noch die ein oder anderen E-Logs Abdeckungen, orange Kette. Übersetzung ist, glaube ich, 13.43. Ich fahre normal immer original, was bei meiner 4.50, glaube ich, ich weiß nicht, ob es 14.52 ist. Ja, ich fahre auf jeden Fall original. Ja, mal schauen, wie ich mich damit abfinde. Ja, Kettenschutz ist oben. Das heißt eigentlich ziemlich legales Bike. Genauso wie Blinker, Kennzeichen, Spiegel. Es ist halt auf jeden Fall alles am Start. Nur zwei 70er Bremsscheibe vorne. Keine Motor Master. Ja, aber er hat gesagt, die kommt noch auf jeden Fall bei ihm. Ja, oben hier alles komplett stock. Mappingschalter rechts, ich habe ihn links zum Beispiel. Ja, aber ich finde dieses KTM Cockpit, also die KTM Cockpit View ist an sich richtig labernd. Was kann man noch sagen? Ja genau, Reifen haben wir hinten einen Conti Attack SM, glaube ich. 150er, kein 160er, weil normal fahren auch alle immer 160er. Ja, ich finde das Match da alles richtig gut, so dieses schlichte Dekor gefällt mir richtig. Und ja, ich würde sagen, genug gelabert. Jetzt testen wir das gute Stück einfach einmal. Du vertraust mir jetzt ein gutes Stück an, Servus an der Stelle. Und ja, ich glaube ich muss noch ein paar Adjustments an der Kupplung machen. Warm ist es ja schon. 40,7 Stunden. Huplung muss auf jeden Fall weiter zu mir. Ja, und ich würde sagen, los geht's. Guck mal. Guck mal! Guck mal. Guck mal. Also Leute, fahrt sich mal richtig smooth auf der Conti. Fährt sich richtig geil im Wheelie, da ist halt alles neu, richtig wenige Stunden. Einmal hier fett in den Coaster. Geil Leute, das Wetter ist halt auch richtig nice. Fahrt sich auf jeden Fall richtig clean. Mal schauen, ob die Kurve da geht. Kurvenfahren mit einem anderen Reifen würde ich sagen, ist immer so eine Sache, weil das kippt auch immer ganz anders im Wheelie. Ja. Und jetzt geht's. Ich muss auch sagen, ich fahre auf Bergstraße, war eigentlich nicht mehr so am Limit, mein erstes einmal, ich habe keine Lederkombi an und zweitens ist mir das einfach nicht wert, mich wegen sowas halt zu verletzen. Ein Riff hier. Einfach nur geil. Das Bike fahrt sich einfach richtig göttlich. Das Bike fahrt sich einfach richtig. Das Bike fahrt sich einfach richtig. Jetzt sind wir in die Seed, stand action. Das war's. Das ist jetzt. Das ist jetzt so schön. Aber wir sind hier nur im Sinne einer Content-Produktion. So Leute, für uns geht es jetzt wieder an einen Spot, da üben wir ein bisschen, aber ist auf jeden Fall richtig nice, geiles Bike, richtig clean, cleaner Besitzer. Und ja, in dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ja, nehmt euch ein Beispiel an dem Dekor, würde ich richtig feiern. Haut mal raus in den Kommentaren, was ihr dazu sagen würdet, wie ihr das Dekor findet, aber ich finde es auf jeden Fall, ist eine 10 von 10, das ganze Bike ist eine 10 von 10. In dem Sinne Leute, schönen Tag noch, haut rein, peace.